Ich bin der Pichlmeier Karl, ich bin Hopfenbauer in Gravendorf im südlichen Teil der Hallertau. Den seit heuer zweitgrößten Hopfenanbaugebiet der Welt. Wir bewirtschaften 60 Hektar Hopfen. Meine Frau ist voll Mitunternehmer, habe zwei wunderbare Kinder und der Hof wird noch ausschließlich als Familienbetrieb bewirtschaftet. Wir haben uns seit 15 Jahren voll auf Hopfen spezialisiert. Heute kann ich sagen, die Entscheidung war richtig, weil erstens in der heutigen Zeit der Hopfen einen starken Aufwind erlebt in der Brauereiszene und der Bedarf steigend ist. Auf der Welt werden ca. 50.000 bis 60.000 Hektar Hopfen kultiviert und auf der ganzen Welt gibt es wiederum, wenn es hochkommt, 1800 bis 1900 Hopfenbauern. Hier ist ganz besonders wichtig, erstens, dass man ausreichend Wasser zur Verfügung hat und zweitens auch die Nährstoffe. Bei der Bewässerung, was eigentlich die beste Art der Düngung ist, in meinen Augen, weil hier die gezielteste Düngung erfolgt, werden dann in der Phase, wo der Hopfen die meisten Nährstoffe benötigt, das ist die Blüte bis zur Ausdoldung, explizit genau die Mengen verabreicht, die er benötigt. Hier verwenden wir vor allem das Epsotop, weil der Hopfen sehr magnesiumbedürftig ist. Im Frühjahr wird die mineralische Ausgleichsdüngung für Phosphat und Kali, die erfolgt bei mir beim Kali in Form von Patentkali. Dann Phosphat wird meistens in Missdüngung ausgebracht. Wir merken schon sehr deutlich, dass wir vor allem in extremen Jahren unsere Erträge auf Durchschnittsniveau sichern können. Bei den Hopfen wird grundsätzlich unterschieden zwischen Aromasorten und Bitterstoffsorten. Für den Brauwert ausschlaggebend ist der Bitterwert, das wird in der Fachsprache das Alpha genannt, das ist die Alphasäure. Die Alphasäure gehört in erster Linie für die Haltbarkeit des Bieres. Und für den feinen Geschmack und die Geschmacknoisen im Bier ist das Aroma verantwortlich. Also hier in diesem Hopfengarten habe ich zurzeit die Sorte Hallertauer Bloh. Das ist eine Spezialflavorsorte. Sie wird sehr gerne von amerikanischen Groftbruaren verwendet. Sie hat ein ausgeprägtes, fruchtiges Aroma. Unser Hopfen ist weltweit gefragt, das ist wirklich so. Wie man hier sehr schön sieht, ist der Hopfen recht üppig. Hier merkt man schon, dass einfach die Ernte kurz bevor steht. Die Hopfenpflanze zieht jetzt von den Blättern die Nährstoffe zurück in den Hopfenstock, damit der Hopfenstock Reserven bildet und nächstes Jahr wieder einen guten Austrieb hat. Wobei die dolden, was ja eigentlich die Frucht ist, die bleiben sattgrün und werden auch noch ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Es gibt einen alten Spruch, der heißt, der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen. Und es beginnt im Winter bzw. jetzt schon wieder im Herbst, nachdem die Hopfengärten leer geerntet sind, müssen neue Drähte aufgespannt werden. Und im Frühjahr wird der Hopfen dann geschnitten und dann muss der Hopfen noch angeleitet werden, weil aus einem Hopfenstock kommen je nach Sorte zwischen 100 und 2000 Triebe raus. Und nur sechs davon braucht man. Also bei mir auf dem Hof fahren drei Schlepper. Die haben jeweils einen Spezialanhänger hinten dran und ein Spezialgerät an der Seite angebaut, die die Reben unten abschneiden. Dann hinter der Kabine ist eine Klemmvorrichtung. Die ziehen dann die Reben runter und dann fällt es auf den Wagen. Zu Hause werden dann die Reben abgeladen und der Hand in die Maschine eingehängt. In der Maschine werden die Dolden von den Blättern und der Rebe getrennt. Die Rebe wird dann gehäckselt. Der Aufleitrad wird mittels Magnetabscheider separiert. Und die Rebe und die Blätter werden dann als Gründüngung auf das Feld wieder zurückgefahren. Die Dolde wird dann in einen Zwischenbehälter bevorratet und über verschiedene Bänder in die Hopfendache transportiert. Dort wird er je nach Sorte zwischen vier und sechs Stunden getrocknet. Nachdem er konditioniert ist und die Feuchtigkeit genau eingestellt ist, kommt er wiederum mittels einem Förderband in eine Spezialpresse. Und dort wird er verpackt zu 60 Kilo Packstücken. Was er den Hallertauer Hopfenbauer auszeichnet, das ist schon seine Zähigkeit. Ein alter Spruch lautet wieder, ein Hopfenbauer kann ohne Geld auskommen, aber niemals ohne Hopfen. Das sagt eigentlich alles. Die Zähigkeit Die Zähigkeit